Hallo und herzlich willkommen hier zu den ersten Stipselkopf Quick News und ich habe mir heute auch für die Quick News Nummer eins natürlich schon was vorgenommen, was ich jetzt denke ich auch so über die Zeit ein bisschen mit anbringen möchte. Wenn ich euch natürlich schon erzähle, gerade bei den Abstimmungen von den Haltern, dass ich euch natürlich auch zeige, warum es sich dreht. Also bei den einen oder anderen Haltern kam auch die eine oder andere Frage dazu, was stelle ich mir denn da für einen Halter vor beziehungsweise was meine ich denn dafür und dafür habe ich auch mal für die folgenden Abstimmungen die ganzen Sachen dafür parat gelegt, so dass ihr natürlich euch da auch schon mal so einen ersten Eindruck machen könnt, wie dieser Halter aussehen könnte und was ich überhaupt für einen Gegenstand damit meine und kommen wir aber erst mal zur Abstimmung von den letzten Haltern und zwar habt ihr da ja eigentlich relativ viel gestimmt gehabt, gerade bei der ersten Umfrage, was allerdings sich jetzt die letzten zwei Tage immer wieder hin und her gewechselt hat, weil es waren zwei mit 28 Prozent immer mal wieder dabei und das hat sich dann über die letzten zwei Tage dann wieder mal gegeben. Wir sind jetzt letztendlich bei 28 Prozent für den Bohrerhalter geblieben und da sind natürlich die Pfostenerbohrer dabei. Ich hole sie einfach mal. Und die habt ihr ja eigentlich auch in vielen Projekten schon gesehen. Ich rede natürlich von diesen Pfostenerbohrern hier, also da habe ich ja ein paar mehr und dann auch noch die normalen Bohrer sind natürlich auch noch mit daran. Also daher, der Halter wird als nächstes gebaut. So und dann natürlich für die nächste Abstimmung habe ich auch schon das passende Gerät mitgebracht. Das ist der Akkuschrauber. Damit habt ihr für 66 Prozent gestimmt. Also kommt natürlich dann auch ein Akkuschrauberhalter. In meinem Fall werden das dann ja auch gleich zwei Halter werden, dass ich hier auch beide Akkuschrauber mit an die Wand hängen kann. Und da freue ich mich eigentlich auch relativ sehr drauf, weil viele Male liegt da ganz einfach irgendwo hier rum. Und natürlich habe ich mich auch vor gar nicht so langer Zeit auch dann tatsächlich mal verletzt, weil ich den Akkuschrauber tatsächlich so hingestellt habe mit Bohrer. Und ja, wie es dann halt ist, man legt die Hand hin und dann zack war der Akkuschrauber, nee der Bohrer dann ganz einfach mal im Finger und das muss nun einfach mal nicht sein. Daher natürlich auch der passende Halter. So, ich habe jetzt auch für die ersten Quick News natürlich auch schon ein paar mehr Halter tatsächlich vorbereitet. Also ihr seht jetzt ganz einfach mal gleich vier Abstimmungen. Das soll jetzt nicht heißen, dass jetzt vier Projekte in einer Woche kommen, aber so kann ich natürlich auch vorausschauend ein bisschen planen. Und des Weiteren seht ihr natürlich schon mal eine größere Auswahl an Haltern, die in der Zukunft sowieso irgendwann noch gebaut werden. Also so, dass ihr da schon mal einen größeren Überblick habt. Kommen wir auch ganz einfach zur ersten Abstimmung und zwar der achte Halter steht zur Auswahl natürlich der Brillenhalter. Und damit meine ich natürlich nicht irgendwelche Sonnenbrillen, sondern schon Arbeitsschutzbrillen. Also zum Beispiel die hier war jetzt zum Beispiel für meinen Heimlaser. Und natürlich dann habe ich auch noch Schutzbrillen fürs Bohren und so weiter. Also keine sonstigen Sonnenbrillen sind damit gemeint. Also schon Schutzbrillen. Dann haben wir den Handschuhhalter, also diese Einweghandschuhe, die ich ja relativ häufig auch mal verwende, gerade wenn es um Lacke geht oder sonstiges, so dass man sich nicht die ganzen Finger immer wieder einsaut. Der Kaffeetassenhalter ist zum Beispiel auch ein schönes Projekt, finde ich. Gerade jetzt auch wenn es noch die alte Tasse ist, da wird ja denke ich in Zukunft dann auch eine Stöpselkopftasse kommen. Derzeit habe ich sie ganz einfach noch nicht da. Daher steht noch die DJ Joktasse hier. Aber da soll natürlich ein Halter kommen, so dass ich das bequem dann auch mit an die Wand stellen kann. Was auch relativ häufig vorkommt, dass ich hier eine Kaffeetasse rumstehen habe. Also daher auch ein Halter meiner Favoriten. Und dann haben wir noch den Erste-Hilfe-Kasten. Der steht natürlich dann auch gleich noch hier. Also das sind so die alltäglichen Sachen drin, Verbände und so weiter. Was man halt wirklich in der Ersten-Hilfe braucht. Separat kommt dann später noch ein Pflasterhalter dazu. Aber das ist jetzt natürlich erst mal das, was natürlich jeder kennt. Also der Erste-Hilfe-Kasten als letzter Punkt. Für den neunten Halter habe ich mir auch schon ein paar Sachen rausgesucht, die definitiv mal mit an die Wand müssen. Das sind zum Beispiel diverse Zangen, die ich ja immer wieder mal brauche. Also gerade diese Krimp-Zangen und diese Abisoliert-Zangen. Das liegt hier permanent in irgendeiner Ecke rum. Und wenn man es mal braucht, kennt ihr natürlich auch, dann findet man es nicht oder man muss lange suchen. Und das will ich natürlich auch möglichst vermeiden. Daher müssen natürlich mal alle Zangen an eine Stelle kommen. Und daher der Zangenhalter. Dann haben wir noch den Getränkehalter. Der versteckt sich hier ganz unscheinbar. Und zwar trinke ich jetzt die ganze letzte Zeit Tatsächlich aus solchen Gläsern. Weil zum einen kann man sie verschließen und so fällt natürlich dann auch kein Staub rein. Und dafür brauche ich natürlich dann auch einen passenden Halter, weil das Glas steht dann natürlich auch irgendwo einfach wieder rum und einfach nur im Weg. Also daher natürlich auch noch ein passender Halter dafür. Und natürlich zeige ich euch dann aber auch, wie ich jetzt diese Löcher reinbekomme, so dass sie auch jetzt nicht irgendwelche Späne haben, dass man sich da irgendwie, naja, verletzen kann. Dann haben wir den Hammerhalter. Also da brauche ich glaube ich nicht viel die sagen, Hammer, Hammer hat natürlich jeder zu Hause rumliegen. Und das meist nicht nur einen. Und daher natürlich auch ein Hammerhalter, wo natürlich auch mehrere rankommen. Stecheisenhalter ist dann der nächste, den wir zur Auswahl haben. Also okay, die Stecheisen, die kennt glaube ich auch jeder. Die hat auch jeder in unterschiedlichen Größen rumliegen. Und das ist in meinem Fall natürlich auch ein Problem, dass man halt, wenn man den richtigen mal braucht, findet man den natürlich nicht. Und daher auch der passende Halter dafür. Und Schraubzwingenhalter. Ich glaube, da brauche ich auch nicht viel sagen. Also es sind ja derzeit noch nicht die Mengen, die ich brauche. Aber es sind ja schon die ersten eingetroffen und dann bauen wir natürlich auch den passenden Halter, so dass wir die dann natürlich alle schön in Reihe und Glied aufschichten können und sie natürlich nicht, wie es jetzt gerade der Fall ist, in irgendeiner Ecke rumliegen und ganz einfach mal nur Staub ansetzen. So, für den zehnten Halter ohne runde Zahl habe ich dann auch folgende Sachen schon wieder ausgesucht. Und zwar ist es nämlich auch, was ihr schon gefragt habt, der Leimspender, da hast du doch schon einen Halter. Ich meine tatsächlich diesen Leimspender, nicht die Glue Bots. Und dafür gibt es natürlich dann auch diverse Vorschläge, wie man da etwas bauen könnte. Und ich habe mir jetzt auch schon den einen oder anderen Gedanken gefasst, was ich dazu bauen möchte. Und natürlich müsst ihr jetzt nur dafür stimmen, dass ich das natürlich baue. Und als nächstes haben wir dann auch den Sägenhalter. Also das kennt glaube ich auch so gut wie jeder, dass man natürlich dann diverse Sägen rumliegen hat. Also ich könnte jetzt hier noch eine Weile weitermachen mit Stahlsäge und so weiter, dass man das natürlich irgendwo immer rumliegen hat. Und wenn man es natürlich braucht, genau. So, was haben wir denn als nächstes? Messschieber. Messschieber ist zum Beispiel auch ein Halter, den ich definitiv mal brauche, weil man mag es kaum glauben. Ich habe bestimmt von diesen Messschiebern bestimmt zehn Stück und das ist jetzt der einzige, den ich gerade gefunden habe. Und da brauche ich natürlich definitiv Abhilfe, dass ich die auch mal schnell finde. Auch wenn ich jetzt einen nagelneuen durch die Amazon Wunschliste bekommen habe, die braucht man natürlich auch immer mal wieder, gerade wenn man den auch mal wieder verlegt hat. Der Meisterdübler von Wolfkraft, das ist zum Beispiel auch etwas, was ich jetzt in der Vergangenheit noch nicht verwendet habe, aber definitiv bald verwenden werde. Und wenn ich den Halter baue, dann natürlich nicht nur für dieses hübsche Teil hier, sondern auch die passenden Bohrer dazu. Also da gibt es ja spezielle Bohrer mit Anschlag, die natürlich dann hier auch die Funktion brauchen dafür. Und die möchte ich natürlich an diesen Halter gleich mit ranbringen, sodass ich die zum einen nicht verwechsel und natürlich dann immer auch griffbereit zu diesem Teil habe. Also daher der Halter für Wolfkraft für den Meisterdübler. Linealhalter, da brauche ich glaube ich auch nicht viel sagen. Also das Ding brauche ich mittlerweile für fast jedes Projekt. Und ich habe jetzt auch noch einen kleinen dazu, wo ich immer allerdings noch so einen Linealanschlag bauen muss. Aber die sollen definitiv auch mit an die Wand kommen, sodass ich sie nicht die ganze Zeit immer wieder suchen muss. Ich rede ganz schön viel davon, dass ich hier Sachen suchen muss. Aber ich glaube dafür ist natürlich auch so eine Werkzeugwand da, dass man nichts suchen muss. Und daher möchte ich natürlich auch für alles mögliche einen Halter bauen, sodass ich es gerade eben nicht mehr suchen muss. Und da machen wir jetzt auch gleich mit dem elften Halter weiter, wo auch ein paar Sachen drin sind, die tatsächlich noch nicht mal vorgekommen sind. Fangen wir auch gleich oben an mit dem Zollstock. Ich glaube, das kennt auch jeder. Also ich habe glaube ich auch so an die zehn Stück davon und das ist jetzt auch wieder der einzige, den ich gefunden habe. Ich bin so froh, wenn die Wand mal komplett fertig ist, dann dürfte ich eigentlich nichts mehr suchen. Hoffen wir es mal. So Zollstock, Bleistifthalter. Das ist zum Beispiel auch so etwas, also ich weiß nicht, wie viele Pakete Bleistifte ich schon gekauft habe. Wenn ich jetzt tatsächlich mal einen suche, finde ich auch relativ zeitnah ein. Wenn ich allerdings hier auch mal durchlaufe, um dieses Glas zu füllen mit den Bleistiften, da finde ich an jeder Ecke ein. Also das ist auch nicht so ganz das Thema, wo ich sage, ja, das ist sinnvoll. Also daher natürlich auch einen passenden Halter, so dass alle Bleistifte mal einen Ort haben, wo sie sich sammeln können. So, Bleistifte, Laptophalter. Ich glaube, da brauche ich auch nicht viel sagen. Also ein Laptop, der natürlich dann auch bequem dann mit hier an die Wand kann, so dass ich natürlich während dem Arbeiten natürlich dann auch mal ein YouTube-Video schauen könnte, einen Film anschauen könnte oder natürlich dann auch mal den einen oder anderen Kommentar beantworten kann. Also das sind so die Sachen, die natürlich jeder, der was mit YouTube macht, kennt und daher natürlich auch der passende Halter dafür. Die Lötstation, da muss ich mal ein bisschen Platz machen. Die Lötstation ist zum Beispiel auch so ein Halter, wo ich sagte, ja, baust du den, baust du den nicht? Und ich habe jetzt gerade ganz einfach mal alles zusammengesucht, was ich für die Lötstation habe. Das sind ja diverse Platinenhalter, naja, Zangen, Pipetten und was es alles gibt und natürlich, und natürlich die eigentliche Lötstation und das soll natürlich auch möglichst mit an die Wand kommen, so dass ich das wirklich alles an Ort und Stelle habe. Also wenn ich jetzt gerade momentan die Lötstation brauche, muss ich den Kasten unten aus der Schublade rausnehmen, dann natürlich erst mal alles ausräumen, um zu schauen, was ich jetzt davon brauche. Und so soll natürlich ein Regal entstehen, so wo alles drin steht, so dass ich dieses komplette Teil einfach von der Wand nehmen kann, mir so auf den Tisch stellen, Steckdose rein, fertig. Und so sollte es natürlich dann auch im Halter sein, also wie viel der Halter, dass man die ganz einfach bequem von der Wand nimmt und dann auch natürlich verwenden kann. Und auf den Halter bin ich definitiv auch gespannt. So, Lötstation hatten wir und natürlich zu guter Letzt der Myrka-Schleifer, das hatten jetzt auch einige schon mal in den Kommentaren geschrieben, dass ich mir doch dafür auch einen Halter bauen könnte. Gebe ich euch auch vollkommen recht, allerdings war er im Anfangskonzept ganz einfach noch nicht vorgesehen, weil ich ihn noch nicht hatte und jetzt kann ich ihn natürlich mit aufnehmen, also dafür könnt ihr natürlich auch stimmen. Der soll dann natürlich dann auch möglichst gleich mit hier so dranhängen, natürlich auch mit einer zusätzlichen Stromversorgung und natürlich noch Anschluss zur Absauganlage, so dass ich den natürlich bequem dann hier von der Wand nehmen kann und gleich hier auch schleifen kann. Also so soll jetzt der Plan erstmal aussehen, dass das Ganze so durchgezogen wird. So, damit bin ich jetzt auch erstmal mit meinen Abstimmungen für die diversen Haltern durch. Haltern? Halter durch. Und ich habe natürlich jetzt zu guter Letzt noch eine Abstimmung für euch vorbereitet, gerade nämlich weil es auch jetzt so die erste Folge der Quick News war. Was ihr natürlich von diesem Konzept haltet, zum einen natürlich die Möglichkeit, ja sie sollten, ne, habe ich jetzt auch die richtige Reihenfolge. Okay, ich formuliere meine Frage nochmal um. Was haltet ihr von den Quick News als eigenes Format? Stimmt da ganz einfach mal ab. Sie sollen in den News bleiben, sie sollen ein eigenes Format bleiben oder es fehlt noch irgendetwas. Also wenn jetzt noch irgendetwas, was euer Ermessen fehlt in diesen Quick News, in diesem Konzept Quick News, dann schreibt mir das ganz einfach noch zusätzlich in die Kommentare, dass ich da natürlich dann auch agieren kann und das natürlich dann noch einfügen oder noch ändern kann, sodass natürlich die Quick News zu diesem Format werden, was ihr natürlich auch sehen möchtet. Das soll natürlich dann auch schon daran orientiert sein. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwie etwas aufziehe, was ihr letztendlich gar nicht sehen wollt. In diesem Sinne bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen und ich bin in jedem Fall gespannt, was ihr zu diesem ganzen Konzept sagt. In diesem Sinne sehen wir uns erstmal zur nächsten Stöpselkopf-Folge wieder. Macht's schön gut. Bis dann. Ciao. Ciao.